Hi, ich bin Jan, das ist ein Tropenwald und zwar die Biosphäre in Potsdam. Von außen, noah, nicht so, von innen dafür umso schöner. Das Highlight wartet gleich am Anfang auf dich. Generell, Wasser ist ein ziemlich steter Begleiter hier. Dazu noch einige Infotafeln und Schaukästen und ganz, ganz viele Tierchen. Aber alle, keine Sorge, hinter Glas. Mein persönlicher Liebling ist das Schmetterlingshaus. Da wird aus sowas, nämlich sowas. Und denkt bloß nicht dran, Schmetterlinge mit der Kamera einfangen zu wollen. Forget it. Da tauche ich lieber ab in die Unterwasserwelt in der Biosphäre. Die gibt's. Dory ist auch da. Und wie wir alle wissen, spricht sie sehr gut walisch. Potsdam, Biosphäre, läuft. Biosphäre, läuft.